ARD Text im Auftrag von Funk Hallo? Ein Fernu Wingman. Kann nur gut werden. Der kann nicht gegen das Fenster werfen. Hä? Hat da jemand an? Ja. Sehr suspekt. Auf die Euro-Palette. Auf die doppelte Euro-Palette. Nein, du bist doch dämlich. Aim-Bot. 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 Wall-Hack, Aim-Bot. Alter, ich rede. Ich würde das ja gerne mal aus der Entfernung sehen, wie das aussieht. Mach beim Schießen, aber trotzdem trifft. Oh, wir haben das vermisst. Ja. Oder das ist mir noch nicht so aufgefallen, weil ich ein Skin dafür habe. und so recht. Ehm-Hm-Hm-Hm-Hm-Hm-Hm-Hm-Hm-Hm-Hm-Hm-Hm-Hm-Hm-Hm-Hm-Hmss-Hm-Hm-Hm-Hm. denn mit ihm nicht, ey? Ist seine Mutter irgendwie dick und hässlich, oder? Na, den Block hat man ja gut. Warum auch schießen? Schießen wird immer bewertet. Mach ich auch nie. Ja. Alte Schwede, was sind das für Hacks, ey? Aber das ist ja so Upside-Down-Script, ne? Das kann ich ja dann einfach so werten. 5-1-5, 100% KD, ey. Der Headshot, 100% KD. Also jetzt bekannte 100% KD. Wer kennt das denn? Vielleicht noch sein Mettdolz. Boah. Alter, da, da war Mett. Da hat er reingeschwiggert durch die Holzwand mit der Scout, äh, der Scout mit der Farmer. Okay. Schön gedinkt. Doppeldingt, ey. Du hast zwei Schuss. Ja, komm. Geil. Alter Schwede, ist das geil. So, dann wollen wir mal gucken, was hier so abgeht. Gott, schön. Ist zum Ende gefrrrrrrrrrrrstückt. Oh. Nachher zur Arbeit. Vorher nochmal hier das Overwatch raushauen. Schnell die Config-Laden, bevor ich hier wieder nichts öffnen kann. Oh ja, das war ein sehr schöner Bunny-Hop. Oh, der hat schon wieder zu viel Speed zugenommen. Beim Bunny-Hoppen. Nein, natürlich hat er eine Scout. Natürlich hat er eine Scout. Und so auf Peak kann er nicht, ja. Da ist ein Gegner. Da ist ein Dick. Unter dir sind Steps. Oh, der Himmel ist dunkel. Ist das jetzt nur so, weil bei mir draußen nicht so schön ist, dass mir das so vorkommt? Oder ist das nicht mehr so in die Marsch? Das hatte ich letztes Mal schon mal, als wenn die Sky-Tax so anders ist. Ich bin zu zweit. Da wurde ihm erst mal die Scout geführt, aus der Hand geschossen, ne? Oh ja, muss ich lauter drehen, weil Counter-Spark ja so schön leise ist. Brech noch ab, ey. Oh, da macht Was macht der denn da? Er smogt ja nicht mal irgendwie Jungle oder so? Oh, kommen alle nacheinander. Der war gut. Der war gut. Ich muss hier nach oben reingehen. Oh, ducken. Genau. Denken die natürlich, als ich rotiert kann, naja, aber nicht. Halten. Alter. Der Spray. Jetzt legen aber ganz schnell die vor. Räschung Ramp. Alter, der Kranuswerk ist so verdammt leise. Ich hasse es. Warum ist Kranuswerk so leise? Warum kann man das Volumen... 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 Nicht auf 10 stellen. Gut gemacht. Der hackt nicht. Ich brech ab. Ich brech ab. Ah, Gott. Ah, ich hab hier auch schönen Saft drin. Den ich schon den ganzen Morgen trinke. Irgendwie. Bis gestern stand der am Laden. Schmeckt der schon so... als er eh bleibt, wenn ich mich halt. Leicht säuerlich. Macht aber keinen Sinn. Der stand bis gestern noch im Laden. Der war noch einen Monat gut. Darauf achte ich mittlerweile, seitdem ich mal Schimmel gekauft habe. Mitte-Control. Das wird sicherlich bringen. 20 Schüsse da rein. Volle wegkriegen. Nein. Wobei ich schon bin. Granate nicht. Wenn du läufst und... springst dabei. Ah ja. Man könnte linksen... Gap sein. Alter, warum... Alter, der Gegner springt vor ihm runter und er guckt auch erstmal nochmal zur Seite. Nach links. Ob einer in... ...ne? Hotbox steht. Au. Was ist das für eine Flash? Genau, du guckst dich da unten und wirst ne Flash. Keine Smoke. Naja, das ist die perfekte CT-Smoke. Da hast du das für eine Flash. Komm mal, Gegner. Da hast du das switchen gehört. Na, da hast du das switchen gehört. Na, da hast du das switchen gehört. Na, da hast du das switchen gehört. Oh, die Gegner sind einfach nur scheiße. Oh. Herrlich. Die Gegner sind richtig kacke. Ja, ihr guckt auch direkt Palace und nicht Mitte. Warum sollte man auch Mitte gucken? Ja, das ist kein Umgang. Das sind die Quater-Schönen-Mittich-Große. Oh, brech ab, ey. Was für behinderte Gegner. Seht auf der Box. Werd man direkt hingucken müssen. Hört die Steps im Jungle. Halstenschein. So, er brennt. Der seguend ahead durchgeht. Gegen Akar. Alter, was stimmt denn mit ihm nicht? Na gut, dass was ist. Da hat er einfach im laufen versucht zu schießen. Hier das Überlefs-Polpes. Das ist doch toll. Ey, sag den Leuten, dass sie gehen sollen. Ja? Der Typ auf Shorty sonst hört. Ja. Warum springt er denn noch ein zweites Mal? A-ho! Au! Au! Die Schritte hat man ja wohl gehört. Hat keine Amor gehabt, gefühlt. Ach, der ist... Du, der wieder Trigger denkt euch an, nein, wenn ich nicht glaube. Ich glaube auch nicht, dass er jetzt rumgestellt hat. Viel zu langsam. Ja, hol dir doch die Bombe. Bombenmann rauf da. Oh, den habe sogar ich so schnell gesehen. Oh, jetzt hat er. Das ist legit. Das ist legit. Clothramp ist tot. Der Dektor ist tot. Der Dektor ist tot. Der Dektor ist tot. Da. Ja. Das ist ja wohl. Legide. Hier, ne? Wichtig. Pics machen. ganz wichtig so was oh geltenes ereignis das 2 also wirklich ACE-Saft irgendwie schmeckt der immer noch säuerlich da kriege ich morgen bestimmt wieder in den Magen 10-0 das ist legit ja 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 keine Boost oder so ja 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 schlimm ist ja bei so einem Boost glaube ich du kannst den Leuten nicht vorwerfen dass sie hacken ja 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 Ich verstehe es nicht Ja, ich kann das auch so 16-0 gewinnen, wenn ich mich anstehe Ja, ich kann das auch so 16-0 gewinnen, wenn ich mich anstehe Ja, ich kann das so 16-0 gewinnen, wenn ich mich anstehe Ja, ich kann das so 16-0 gewinnen, wenn ich mich anstehe Ja, ich kann das so 16-0 gewinnen, wenn ich mich anstehe Ich kann sie mal nix vorwerfen, das ist ja das Schlimme Ich muss ihm nur Griefing vorwerfen Da muss Da muss Valve nochmal irgendwas machen Ich raff das nicht